Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mh, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup. Alles für diesen Moment. Mh, Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu können, ohne das Spiel läuft. Der Fußball erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei Jung und bei Alt. Ich hänge immer noch so ein bisschen, ehrlich gesagt, an diesem Tacker fest. Da kann mir zu Hause auch noch eine Scheibe Wurst an die Backe. Oh Gott, das will ich. Ich hab so großen Appetit auf Würstchen mit Salat. Und nun mit Hingabe und Freude ans Werk. Wir hoffen, kann sich durchsetzen, Kuba! Was ist denn hier los? Hallo everybody on Tohuwa Podcast. Gourmisch-Stiefel, Ketafel-Stampfer, wunderbar! Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 71. So viel Heimlichkeit. Ich bin Mario, der Eismann. Und für die Technik zuständig ist unser Studiomeister Peter Topperzer aus Wien. Hallo Peter. Ja, servus. Grüß euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, danke. Ich hab da was vorbereitet. Hört's mal zu, hört's mal zu. Ich hab da was vorbereitet. Hört's mal zu. Ob ihr das kennt? Schön, das ist eine Kurbelspieluhr, oder was ist das? Eine Kurbelspieluhr, heißt das so? Ja, das ist ein Kurbel-O-Mat, so nenne ich das. Ein Kurbel-O-Mat, das ist halt so was wie eine Dreh-Ockel. Ja, so ein Dreh-Ockel hast du bei uns in Wern, da steht ja auch abends am Straßenrand und da kannst du es anschauen, wenn das ein bisschen größer ist. Ich hab da so eine kleine Variante, das ist halt eine Kurbel-O-Mat, nenne ich das. Da kommt ja gleich so ein bisschen weihnachtliche Stimmung auf. Das ist schön, dass du dich entsprechend vorbereitet hast. Wenigstens einer von uns beiden. Ja, danke. Ja, nix zu danken, das mach ich doch gern. Das ist doch gar kein Problem. Das mach ich doch gern. Ich bin so ein bisschen auch in dieser melancholischen Vorweihnachtsstimmung. Das ist halt bei mir auch so. Aber ich war sehr erfreut als Eismann, als Soft-Eis-Verkäufer, der ja nun ein bisschen Pause hat, war ich sehr erfreut, als ich die Tagesschau am 27. November gesehen habe, die 20-Uhr-Ausgabe im Ersten. Denn da gab es einen Bericht, da ging mir das Herz auf. Wir hören uns das mal an. Ein Versorgungsraumschiff des Unternehmens SpaceX hat an der internationalen Raumstation ISS angedockt. An Bord der unbemannten Raumkapsel sind fast vier Tonnen Ladung, unter anderem Solarpaneele für die Stromversorgung, Material für wissenschaftliche Experimente und Nahrungsmittel, auch Eiscreme als Überraschung für die ISS-Besatzung. So, es gibt also Eiscreme für die ISS-Besatzung. Auch Eiscreme als Überraschung für die ISS-Besatzung. Toll, oder? Toll. Also das ist ja, das ist glaube ich ein neuer Vertriebsweg für mich. Also ich muss sagen, Eis für die ISS-Besatzung. Ich werde tatsächlich bei der ESA in Paris anfragen, ob ich die Kosmonauten auf der ISS in Zukunft dauerhaft mit feinstem Soft-Eis vom Eiskombinat versorgen kann. Der Vertrag ist schon hier fast fertig. Ich schicke das hin und schaue mal, wie sie reagieren, ob sie da mitmachen. Und dann heißt es Schoko-Vanille für die ISS. Mr. LaForge, Energie. Danke, Captain Picard. Dann habe ich diese Woche eine neue Folge von Pöni Late Night aufgenommen, der wichtigsten Late Night Show, die es derzeit bei YouTube gibt. Und das zusammen mit dem Berliner Filmkritiker Hans-Ulrich Pönack, der seit 1969 hauptberuflich sich Filme anschauen darf und dazu dann Kritiken schreibt. In den letzten Jahren hat er sich ein bisschen zurückgezogen aus den Medien, aber wir machen noch weiter unsere Late Night Show. Das war jetzt die dritte Folge, die wir aufgezeichnet haben und mit unserem kleinen Jahresrückblick zu finden im YouTube-Kanal von Tele Sibirsk. Da ist das relativ weit oben bei den neuesten Videos. Also einfach Pöni Late Night auf dem YouTube-Kanal unseres Heimatsenders Tele Sibirsk. Und dann sind wir auch gleich bei einer anderen Late Night-Legende, und zwar bei David Letterman. Der hat 1982 bei NBC seine Late Night angefangen. Die gilt als Blaupause, als Musterbeispiel, als das große Vorbild für viele, viele andere Late Night Shows, die dann später entstanden sind. Er ist dann in den 90er Jahren zu CBS gewechselt und hat das Ganze noch bis 2015 gemacht. Dann unter dem Titel Late Show with David Letterman 2015 hat er dann damit aufgehört und sich zunächst mal zurückgezogen, bis er dann wiederkam und bei Netflix angefangen hat mit einem Talk-Format, wo er sich jeweils mit einem Gast unterhält. Es geht dann mehr in die Tiefe, es ist nicht mehr so ganz auf Comedy gemacht. Und ja, da gibt es bessere und schlechtere Folgen. Aber eigentlich alles hochkarätige Gäste, die er da empfangen hat. Und eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er da auch noch irgendwelche Preise gewinnt. Nominiert war er ja schon dafür, für das Format My Next Guest Needs No Introduction, so heißt diese Sendung bei Netflix. Nominiert, wie gesagt, ist er da schon. Er hat in seiner Late Night Karriere schon 10 Emmys gewonnen, neben unzähligen weiteren Preisen eben diese 10 Emmys und ist damit der meist ausgezeichnete Talkshow-Moderator aller Zeiten. Und bei My Next Guest Needs No Introduction hat er bisher unter anderem zum Gespräch getroffen George Clooney, Barack Obama, Malala Josefzai, Howard Stern, Lewis Hamilton, Melinda Gates, Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Will Smith, Billie Eilish und viele andere auch. Und jetzt im Oktober gab es eine Spezialfolge, beziehungsweise wurde die im Oktober aufgezeichnet mit dem Präsidenten Volodymyr Zelensky in Kiew. Das heißt, David Letterman ist mit dem Flugzeug nach Warschau geflogen, dort an die Grenze gefahren und von dort aus mit dem Zug weiter nach Kiew. Und die haben sich dann 100 Meter unter der Erde in einer in Betrieb befindlichen U-Bahn-Station getroffen. Es gab auch ein Publikum da unten und die Bahn ist dann tatsächlich dann immer regelmäßig da durchgefahren, durch die Szene. Es war eine sehr besondere Atmosphäre. Und jetzt seit ein paar Tagen ist diese Sendung, dieses Interview auch abrufbar. Kann man sich also bei Netflix anschauen. Es ist eine, ja wie soll man sagen, also es ist was anderes, als wenn ein Vollblutjournalist einen Politiker, einen Präsidenten interviewen würde. Es ist, ja Letterman stellt halt, stellt halt andere Fragen und es geht halt so, es wird halt ein bisschen persönlicher. Eine sehr ungewöhnliche, eine sehr interessante Atmosphäre und Interview-Situation, die man sich da anschauen kann. Ich empfehle es sehr, ich möchte es euch, lieben Höris, sehr, sehr ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen. Man kann natürlich jetzt spekulieren, welche Bedeutung hat so ein Interview von so einem amerikanischen Talkshow-Moderator oder Komiker, der Letterman ja in erster Linie ist. Aber wenn man sich mit der Biografie von Zelensky ein bisschen befasst hat, dann weiß man ja auch, er kommt eigentlich aus dieser komischen Ecke. Er ist Komiker gewesen, ich weiß nicht, ob man das jemals ablegt, diese Berufung, das ist man mit Sicherheit auch ein Leben lang. Er hat also auch Stand-up-Comedy gemacht, war ja auch Schauspieler, bis er Präsident geworden ist, hat er in einer Comedy-Serie dann auch mitgespielt. Und diese beiden treffen jetzt aufeinander und es gibt Hoffnung. Also mir hat es irgendwie Hoffnung gegeben und es hat in mir so den Eindruck erweckt, dass dieser Krieg, der da jetzt stattfindet, eine Episode ist, dass der gut ausgeht für die Ukraine und die Welt. Und deswegen möchte ich euch das so kurz vor Weihnachten ans Herz legen. Ja, ist gut, jetzt brauchst du nicht länger reden. Schaut euch das an, ich habe es auch schon gesehen, das ist gut. So, ich bin jetzt verbunden mit, ähm, mit, Moment, mit, ja, mit, mit wem eigentlich? Moment, ich muss mal gucken, wen habe ich denn hier auf meiner List? Nein, ich weiß natürlich, mit wem ich verbunden bin. Das ist die Nicole, die Nicole, auf der mein Finger im Telefonbuch heute früh gestoppt hat. Und die Nicole, die sitzt in Jena, das verrate ich jetzt auch schon mal, Jena, eine schöne Stadt in Thüringen. Und ich sage, hallo, Nicole. Ja, hallo, Mario. Sehr schön, dass dein Finger bei Nicole gestoppt ist heute Morgen. Ja. Viele Grüße aus Jena, genau. Ja, vielen lieben Dank und der Techniker, der hinter mir ist, habe ich jetzt mal ein Klebeband auf den Mund geklebt, der soll sich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, aber grundsätzlich ist er da. Ja, also er ist, er wehrt sich noch ein bisschen. Aber in erster Linie geht es jetzt darum, ich habe ein Thema herausgesucht, dass in diesen Tagen vielen Leuten vielleicht auf der Seele brennt und zudem viele auch eine Meinung haben. Es ist ein bisschen ein Nebenkriegsschauplatz der Politik, sage ich mal. Eigentlich hat es mit Politik nicht viel zu tun. Du weißt auch, worum es geht. Ich weiß, worum es geht, genau. Du ahnst, was es sein könnte. Heißes Thema zur heißen Zeit, auf jeden Fall. Heißes Thema, ja. Ich löse es auf für die Höris draußen, es ist Weihnachten. Es geht bei uns heute mal besinnlich zu. Ja, ich hoffe, wir schaffen das. Und Nicole, du bist ja überrascht worden jetzt. Du hast dich ein bisschen auf das Thema vorbereitet, hoffe ich mal. Ja, man kann sich ja zu dieser Zeit gar nicht nicht vorbereiten auf Weihnachten, oder? Ach komm, ich kenne dich. Du bist bestimmt gut vorbereitet. Und deswegen gucken wir mal, wie es jetzt aussieht mit Weihnachten. Aber grundsätzlich, bevor man so ein Gespräch führt, braucht man natürlich was, um die Lippen zu benetzen, sage ich mal. Und das ist in diesem Falle auch wieder das Getränk der Woche. Nicole, hast du ein Getränk vorbereitet? Ja, selbstverständlich habe ich ein Getränk vorbereitet. Bei mir gibt es einen sehr, sehr leckeren Kaffee. Kaffee, genau, den ich mir heute Morgen schön aufgebrüht habe. Ich liebe Kaffee, ohne Kaffee geht nichts. Okay, mit Bohnen aus dem Hochland von Jena. Mit Bohnen aus dem Hochland von Jena, ja. Naja, wir haben so eine Kaffee-Rösterei, tatsächlich in Jena, eine kleine Kaffee-Rösterei. Und da gibt es auch ab und an ein paar Bohnen für mich, genau. Sehr schön. Dann würde ich sagen, genieße den Kaffee und ich mache mein Weihnachtsgetränk jetzt auch auf. Das ist wieder sowas, was jetzt langsam mal weg müsste. Aber es ist natürlich was typisch Weihnachtliches und zwar ein Hanf-Drink. Zitrone, Hanf und Minze. Eine schwarze Dose. Mario, die sieht sehr gefährlich aus. Ist das gut? Ich habe keine Ahnung, also du weißt zumindest, wenn der Arzt fragen sollte, was es ist, sagst du, er hat ein Hanf-Drink am Ende zu sich genommen. Ja, ja. So, es hat gezischt, aber es ist noch in der Dose geblieben. Jetzt schütte ich es mal ins Glas aus der Dose. Ist so eine kleine Dose. Oh Gott, das riecht ja schon wie das, was mein Nachbar immer raucht. Mario, vorsichtig trinken, bitte. Ja, okay. Es riecht echt wie, also es riecht wie, wie so dieses, na nicht gemähtes Gras, aber na doch, klar. Also Aussehen, ja, es ist nicht ganz durchsichtig, es ist aber auch noch nicht Apfelsaft. Also so ein bisschen eingetrübt ist auch nicht, also ganz heller Apfelsaft vielleicht, könnte man sagen, so ganz, ganz wenig eingetrübt. Man könnte auch sagen, ganz heller Urin. Ja, das auf jeden Fall. Wann hat man denn so hellen Urin? Was muss man denn, nur Wasser trinken, oder? Ganz viel trinken, Mario. Dann nur das. Also wirklich, es riecht, es riecht wie, nee wie, ach Gott, wie riecht denn das? Ich komme nicht auf diesen, diesen Geruch. Naja, bist du doch Cannabis, aber nicht angezündet, irgendwie sowas vielleicht. Unangezündeter Cannabis. Wie schmeckt es denn? Schmeckt wie angezündeter Cannabis. Hör jetzt auf mit trinken. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Es ist, es ist ja auf jeden Fall Kohlensäure drin. Aber es ist ja auch Minze. Ach, jetzt weiß ich es natürlich. Minze, das riecht wie Minze. Ich habe jetzt immer, wenn ich immer dieses Hanfblatt hier sehe, völlig die Sinne schon vorher verwirrt. Es ist Minze, es riecht wie Minze. Und es schmeckt auch hauptsächlich nach Minze. Und wirklich nicht sehr süß. Also ganz angenehm. Genau das Richtige für Weihnachten. Sehr gut. Ich würde es mal empfehlen. Es heißt also wirklich Chico, Hanf und Minze, Zitrone. Jetzt mal ohne Werbung zu machen, gibt mit Sicherheit auch noch Chico und Tico und wie sie alle anderen noch heißen. Okay. So, jetzt warte ich auf den Gröbser, aber der kommt wahrscheinlich nicht gut. Der kommt dann, wenn wir den nicht brauchen, ne? Wenn wir den nicht brauchen. Nicole, wir steigen gleich voll ein mit Weihnachten. Frag mich doch mal bitte, was ich für ein Toilettenpapier habe. Mario, was hast du denn für ein Toilettenpapier? Du Nicole, das ist gut, dass du fragst. Ich habe momentan Ostertoilettenpapier. Das hat so ein Dekor, da ist ein Hase drauf und der hält ein Ei in der Hand. Das war nach Ostern so ein Sonderangebot. Ich glaube so 100 Rollen. Und jetzt hat es für ungefähr drei Wochen gereicht und ist langsam alle. Ja, das habe ich gerade. Ich dachte, du hast es noch vom Hamstern zu Corona-Zeiten irgendwo ausgegraben. Das ist tatsächlich schon, als Corona schon fast, also schon sehr lange lief, hatten die das mal irgendwie. Und dann war das da. Und ich gucke mir mal diesen Osterhasen jetzt an. Und das ist sehr erbauend, besonders zu Weihnachten. Und abbauen auf Toilette ist ja auch immer ganz gut. Sehr gut. Erklär mal bitte zunächst mal für die Höris da draußen, die dich jetzt vielleicht doch noch nicht so kennen sollten, deine Familienkonstellation. Dass wir wissen, weil es geht ja um Weihnachten. Also ich selber habe ja keine Kinder, bin auch nicht verheiratet. Wie ist das bei dir? Was möchtest du oder was kannst du uns erzählen? Ja, ich stecke in einer ganz völlig normalen Familie Mutter, Vater, Sohn und Sohn. Also zwei Kinder, genau, zwei Erwachsene, die wohnen hier in dem Haus. Und ja, wir müssen hier den Weihnachtszauber einkehren lassen. Die Kinder wollen das, die fordern das, genau. Die fordern das, sagst du. Also ihr habt da schon Erfahrung drin, seid trainiert und es ist jetzt nicht das erste Weihnachten. Es ist nicht das erste Weihnachten, genau. Und ja, die Kinder wissen Bescheid. Hier ist Totensonntag, ist vorbei und dann fragen die mich, wo ist denn die Weihnachtskiste? Und dann geht's los. Ihr habt eine Kiste, da sind, was ist da so drin? Weihnachtsdeko, Marion. Also wirklich alles Mögliche, was sich so angesammelt hat. Und ja, meine Oma, der schenkt mir auch jedes Jahr neue Weihnachtsdeko. Also ich bekomme zu Weihnachten immer Weihnachtsdeko von meiner Oma. Und das sind so die Sammelsurium, die sich in dieser Kiste befinden. Und die werden dann ausgepackt und angemacht. Alles leuchtet, alles blinkt und los geht's. Das heißt, es ist auch viel Abwechslung. Das ist nicht immer das gleiche Zeug, wenn du sagst, es gibt neue Sachen immer. Es kommt jedes Jahr eine Sache dazu. Okay. Und habt ihr dann, ich vermute jetzt mal, auch einen Weihnachtsbaum? Genau, wir haben auch einen Weihnachtsbaum und der steht auch schon bei uns, Mario, der Weihnachtsbaum. Ist es ein echter oder ist es ein aus Plastik? Wie sieht es aus? Es ist ein echter mit Geruch. Also der ist ein echter, das ist eine klassische kleine Nordmann-Tanne aus, genau, einem Gartenmarkt um die Ecke. Beim Weihnachtsbaumhändler ihres Vertrauens. Genau, das ist immer die Aufgabe von meinem Mann. Der geht dann immer los mit den Kindern und die besorgen dann den wunderbaren Baum. Da halte ich mich aus. Gemeinschaftsaktion, okay, die Kinder sind dabei. Habt ihr da so ein Massband auch dabei, das war gleich die richtige Höhe? Also tatsächlich, tatsächlich machen wir alle Jahre wieder, wie groß soll er denn sein? Und ich sage mal klein, klein. Aber sie haben sich zusammengerissen. Also die Jungs wollen natürlich einen riesen Monstrum hier haben, aber die haben sich zusammengerissen. Man kann ja auch einen, der nicht so hoch ist, nehmen, dafür aber extrem breit, dass man dann trotzdem nicht ins Zimmer reinkommt. Genau, ich habe auch gesagt, hier aufpassen, schmal und klein soll er sein. Aber das haben sie gut gemacht. Dieses Jahr haben sie wirklich gut gemacht. Wir mussten nichts wegschneiden. Es gab schon Jahre, da haben wir einfach auch was weggeschnitten an der Seite, damit er in die Ecke passt. Ja, okay. Ich habe ja keinen Weihnachtsbaum. Ich habe auch eine, hier im Studio ist es ja auch ein bisschen schwierig, da einen Weihnachtsbaum hinzustellen. Aber was ich jedes Jahr doch ab und zu mal habe, so eine Art Kugel oder einen Weihnachtsbaum behangen, damit ich zumindest visuell auch mal daran erinnere, wer hat das Weihnachten näher rückt. Und ich habe in der Regel ein Mikrofon natürlich, eine Weihnachtsbaumkugel-Mikrofon oder ein Weihnachtsbaum-Mikrofon. Wir sehen uns, ich zeige dir das mal. Also Nicole sieht jetzt dieses vergoldete Kugel und die hänge ich dann immer entweder dem Tuperza an die Nase oder an irgendwo hin, wo ich sie im Blickfeld habe. Das wechselt halt auch ab und zu, aber so richtig viel Weihnachtsdeko habe ich jetzt eigentlich nur im Keller. Ich bin einfach auch zu faul, die hochzuholen, gestehe das. Aber Weihnachtsdeko bei dir, die steckt nur im Keller. Ja, ich habe tatsächlich auch so eine Kiste. Das ist eine kleine Kiste, da sind so Weihnachtsmannfiguren drin. Und also hauptsächlich sind es Figuren ein bisschen behangen. Und ich habe natürlich, ich kenne das aber auch noch von früher, also wir haben natürlich auch einen Weihnachtsbaum zu Hause immer geschmückt und da die DDR-Sachen dran, die auch jetzt wieder sehr gefragt sind. Kennst du diese Kugeln, die aber keine, also nicht aus Glas sind, sondern das sind so wie so Lametta, also das Material, so ein Plastik, die so Faden, Fadenkugeln heißen die, die hängst du dran wie Kugeln. Die haben auch so eine Aufhängung wie Kugeln, aber die sind so wie zerschnittenes und es glitzert so. Ach, das kenn ich nicht tatsächlich. Kennst du nicht? Die haben sie auch in Lauscher hergestellt, also im Glaskugel-Mekka quasi. Und ich habe die mal gesucht, ob die jetzt wieder hergestellt werden. Also ich habe da nichts gefunden. Da gibt es wirklich, wie es scheint, nur diese alten, klassischen, die sind so bunt. Also sie hat jede eine andere Farbe. Sechs Stück in so einem Pappkarton drin gewesen und jede eine andere Farbe und es sieht sehr toll aus, wenn es am Baum hängt. Und da ist die Nachfrage offenbar ziemlich groß. Also wenn man so ein Original noch hat, aufheben oder sehr teuer verkaufen. Ja, dann muss ich doch mal bei meiner Mama in der Kiste noch mal wühlen. Guck mal nach. Ich schicke dir mal ein Foto davon. Vielleicht, das kennst du bestimmt auch. Die sind sehr weit verbreitet gewesen, aber eben früher. Und Lametta, machst du Lametta dran? Nee, Lametta kommt nicht dran. Bei mir sind so kleine Mini-Schneekügelchen aus der Watte dran. Aber Lametta nicht, genau. Damit kann man sich auch dann notfalls schön bewerfen, wenn es mal keinen Schnee gibt. Ja, also genau, die Jungs lieben das hier. Ich glaube auch, Mario, wenn die Kinder nicht hier wären, würde dieses ganze Tamtam in diesem Haus auch jetzt nicht so stattfinden. Ich denke, das ist schon so ein klassisches Familiending mit Kindern, wenn einfach kleine Kinder im Haus sind, genau. Dann muss man ein bisschen auffahren. Es ist ja auch, ja, dann ist ja schön, wenn die Kinder die Tradition so ein bisschen erhalten und wenn sie auch jetzt sich nicht langweilen dadurch. Ist ja auch Beschäftigung dann da und dann würde ich jetzt mal so vermuten. Es ist auch voll die Vorfreude. Du kannst dir gar nicht vorstellen, der 30. November, da geht es auch schon los. Das ist der Tag schlicht hin. Weil du musst dir ja vorstellen, am 1. Dezember darf man das erste Kalendertürchen aufmachen. Ach stimmt, ja. Können die schon am 30.11. ist hier schon, also in dieser Nacht ist hier schon kein Schlafen mehr fast möglich, weil was ist wohl in dem ersten Kalendertürchen dran? Also das ist wirklich verrückt. Eine sehr, sehr aufregende Zeit für Familien, genau. Hat da jeder einen eigenen Kalender und ist es der gleiche oder wie sieht es da aus? Jeder hat einen Kalender. Ich habe so Tüten sind das und da kommt was rein, genau. Also quasi ein ganz individueller Kalender. Genau, ein ganz individueller Kalender und in diesem Jahr haben sogar auch wir Eltern einen gebastelten Kalender von den Kindern bekommen. Also auch sehr schön. Das finde ich natürlich cool. Das ist bei mir jetzt auch das Problem, weil ich jetzt niemanden habe, der mir einen bastelt. Ich würde mich vielleicht auch freuen, aber naja. Müssen wir doch mal was machen. Ja, post-at-tova-podcast.de ist die E-Mail-Adresse, da kriegt ihr dann die Postadresse und könnt mir dann noch nachträglich vielleicht für Januar oder so, hat ja auch ein paar Tage der Monat, würde ich mich auch freuen. Also gerne sich melden und mir einen Kalender schicken. Mario, das Schöne an diesem Adventskalender ist auch, dass die Kinder vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember immer ganz schnell aus den Betten kommen am Morgen. Also die stehen auf. Das ist wirklich cool. Es kann draußen dunkel sein, die stehen auf, weil die wissen, Kalendertür ist nicht dran. Aufmachen. Aber es sorgt jetzt aber nicht für schweißgebadete Nächte, dass sie irgendwie Albträume und nicht schlafen können, weil sie sich... Nein. Es handelt sich wirklich, also es ist wirklich die Nacht vom 30.11. auf den 1. und dann nochmal natürlich vom 5.12. auf den Nikolaustag. Das ist auch nochmal eine aufregende Nacht, genau. Da sind die Schuhe dann draußen? Da sind die Schuhe draußen und da steht auch, dieses Jahr war es ein Glas Tee und ein paar Kekse für den Nikolaus, stehen dann draußen bereit, dass der auch noch was zum Essen und Trinken bekommt. Der hat ja einen harten Weg vor sich oder vielleicht auch hinter sich, genau. Ja, wie ist das? Wo wohnt ihr in Jena? Weit unten oder weit oben? Also muss da Nikolaus einen Berg aufsteigen oder wie sieht es da aus für den Armen? Also ich hoffe immer, dass der Nikolaus von oben nach unten anfängt, weil wir wohnen wirklich oben auf dem Berg und ich denke, der wird hier so am Anfang sein und düst dann runter den Berg hinab bis ins Tal in die Stadt. Genau, genau. Jetzt ist ja nun schon, Weihnachten ist ja nun nicht mehr so lange hin, also habt ihr gebacken? Wie sieht es da aus mit der Küche? Genau, lieber Mario, das ist mein Stichwort. Ich verfrachte zum Backen die Kinder immer total gern zu meiner Mama, also zu deren Oma, die dann immer mit Backen anfängt. Dieses Jahr, also der Große, der kann schon gut lesen, der ist echt fit. Der ist schon 10 und der hat gesagt, Mama, also ich möchte Vanillegipfel backen und ich, oh nein, Vanillegipfel, oh Gott, Plätzchen backen, das machen wir doch immer woanders, aber doch nicht hier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suche ein Rezept und dann hat er per Google Vanillegipfel gesucht und hat dann auch wirklich hier, ich habe gesagt, okay, es ist alles da, leg los, ich möchte nichts damit zu tun haben. Das hat er gut durchgezogen und die Vanillegipfel, Mario, die kann man echt essen, also sehr cool und die haben auch beharrlich hier gerollt und das alles aufs Blech gebracht und also da haben sie gut hingekriegt. Die haben ja Lust drauf, also Kinder, die fordern einen ja schon auch, dass man das einfach macht. Ja, es ist ja auch, ich denke mal, in so Zeiten, wo es eh alles zu kaufen gibt, ist es ja auch ganz schön, wenn man selber mal weiß, wie das überhaupt geht, wie man das auch selber machen kann und der Trend geht ja wohl auch so hin, also für mich, sage ich immer, sollte es nicht zu kompliziert sein und trotzdem schmecken und ich habe festgestellt, ich brauche auch diese ganzen Verzierungen und so ein Zeug, dieses Zucker, wie heißt das, Zucker, Zuckerguss, die Glasur. Zuckerguss, ja, also wenn, wenn dann vielleicht so Schokolade oder so Schokoladen über Zucker, aber ansonsten brauche ich das alles eigentlich nicht und ich hatte neulich auch so ein paar Kekse, die vom Bäcker waren, die waren auch sehr gut, aber das kann man auch wirklich ganz, ganz einfach selber machen und mache ich jetzt auch. Ich habe aber, genau, wie siehst du das mit Stollen? Bäckst du selber Stollen oder ist das... Nee, 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 nee. Also Stollen backe ich nicht selber, das ist immer all die Jahre meiner Oma auch ihr Ding. Dieses Jahr hat sie es einfach leider gesundheitlich nicht hinbekommen, sodass mein Papa Stollen gebacken hat, was mich auch sehr gewundert hat, dass mein Papa jetzt hier loslegt und Stollen weckt, aber er hat das ja sonst immer mit seiner Mama gemacht und jetzt versucht er sich selber dran. Ich hoffe, der Papa hört, auch er kann schon zuhören, der Stollen war schon sehr, sehr lecker, wir haben schon mal probiert. Ein bisschen krümelig ist er, er fällt ein bisschen auseinander, aber sehr, sehr lecker. Ja, man kann ja noch mal dran feilen, also da muss man dann, ja... Genau, das habe ich auch gesagt. Du hast doch noch Zeit, um das ganze Ding hier in Perfektion zu wiegen. Schmeckt doch auch. Ja, ich will jetzt deinem Papa, das nicht nur deinem Papa empfehlen, aber ich selber muss natürlich an dieser Stelle Werbung machen für das Stollenvideo meiner Tante Edith, das wir vor ein paar Jahren schon aufgenommen und bei YouTube reingestellt haben. Einfach mal bei YouTube eingeben, Edith und Thüringer Stollen oder sowas, ja. Dann kommt man da drauf, weil wir haben jetzt ungefähr 270.000 Leute, die es schon gesehen haben und viele, die es auch jedes Jahr wieder neu angucken. Das ist ein altes Familienrezept und immer wenn ich jetzt auf die Idee komme, einen Stollen backen zu wollen, dann gucke ich mir das auch nochmal an, weil ein paar Dinge merke ich mir dann doch nicht. Und ich habe tatsächlich heute angefangen, weil aus dem gleichen Grund wie bei dir oder aus einem ähnlichen Grund meine Tante Edith, die das eben auch noch jahrelang beaufsichtigt hat zumindest, diesen Backprozess, die hat dieses Jahr auch keine Möglichkeit da mitzuhelfen und da mitzumachen und deswegen, mein Vater wollte es aber auch nicht alleine machen. Also der hat jetzt auch die Segel gestrichen gesagt, ja. Und da habe ich gesagt, okay, wir müssen doch irgendwie einen Stollen haben an Weihnachten, das ist doch nun wohl das Mindeste. Und da habe ich mich jetzt bereit erklärt, den hier in Berlin sozusagen zu backen und dann mit dem Auto dann mitzunehmen, so dass er rechtzeitig zum Heiligabend dann doch noch da ist und es einen Stollen gibt. Und was ich aber noch ganz wichtig mache, dass dieser zum ersten Mal, ich war ja neulich in Leipzig und habe unserem Leipzig-Korrespondenten Benjamin aus Leipzig die Vertragsverlängerung für Tilly Sebirsk und für unseren Podcast überreichen wollen. Jetzt war der Schlingel nicht da, ich habe es in den Briefkasten geworfen und habe dann in Leipzig in einer Konditorei etwas gesehen, das nennt sich Kartoffelkuchen. Das ist offenbar eine erzgebirgische Spezialität und das sah aber aus, also ich habe es erstmal nur gesehen, wusste noch gar nicht, wie das heißt und was es ist. Das sah aus wie ein breit gedrückter Stollen, also so nicht sehr hoch, aber eben so vom Inhalt her, was sieht man, Rosinen und so ein Zeug, sah aus wie ein Stollen und war auch so mit Zucker überstreut und habe das dann im Laden gefragt, was das ist und sagten die, das ist Kartoffelkuchen und habe das mitgenommen und das ist tatsächlich einfach nur Stollenteig als Basis und da ist gekochte, zerdrückte Kartoffel mit reingemischt, sodass der von der Konsistenz her so ein bisschen schlonzig ist, nicht trocken, sondern richtig schön saftig und das ist jetzt, also ich traue mich gar nicht, das zuzugeben, aber das schmeckt mir fast schon besser als dieser Stollen, den ich jetzt habe und jetzt will ich das mal selber ausprobieren und ich habe jetzt also von der Menge her so viel, dass es irgendwie zwei oder drei Stollen werden, ganz normale und der Rest des Teigs wird vermischt mit diesem Kartoffel, mit dieser Kartoffelmasse und dann kommt so ein Zuckerzimt, ist das was drüber gestreut wird, Butter, erst Buttern und dann Zuckerzimt drüber und dann will ich das mal selber probieren und wenn es schmeckt, werde ich das dann irgendwann mal verkünden oder ja, also ich esse es auf jeden Fall dann mal und teste das mal. Was es nicht alles gibt, Kartoffeln im Stollen, verrückt, verrückt. Ja, ja, das ist so, noch ist es ein Geheimrezept, aber vielleicht bald nicht mehr, wenn die Leute den Tober Podcast gehört haben. Vielleicht ist das der Trick. Ja. Vielleicht ist überall eine Kartoffel drin, heimlich. Das sollte man machen, immer, Leute, esst mehr Kartoffeln, das gibt ein ganz tolles neues Aroma in bestimmte Lebensmittel mit rein, also einfach mal in den Kuchen, in die Kekse, vielleicht auch, vielleicht gibt es auch Kartoffelkekse, das ist dann die nächste Stufe. Verrückt, das wäre es ja, Kartoffelkekse. Sag mal, wir wandeln uns mal hin zum Herzhaften, wie sieht es denn aus, gibt es bei euch eine Gans oder einen bestimmten Braten zum Fest? Also, nee, da bin ich jetzt gerade, also es gibt immer irgendeinen Braten, klar, ja, irgendwas kommt da aus dem Ofen, aber das ist, glaube ich, schon immer irgendwas Geflügeliges, manchmal gibt es auch so zweierlei, also dann gibt es halt Rouladen und irgendwas Geflügeliges, aber ob das jetzt eine Gans oder eine Ente oder, ich muss ehrlich geschehen, ich habe keine Ahnung, es schmeckt auf jeden Fall immer. Na, da höre ich jetzt aber so eine gewisse Sorglosigkeit auch raus, weil es gibt ja tatsächlich auch in meinem Umfeld hier einige Kollegen und sowas, die haben quasi Wochen im Voraus, müssen die organisieren, wo sie eine Gans herkriegen und dann, wo sie die auch lagern, also man braucht ja für eine große Familiengans, sag ich mal, braucht man ja auch einen großen Kühlschrank oder eine Kühltruhe, weil die ja noch gefroren ist dann teilweise, das siehst du da ganz locker und da brauchst du jetzt nicht irgendwie... Da bin ich tatsächlich auch in einer sehr glücklichen Situation, ich fahre Weihnachten einfach zu meinen Eltern, die haben einen riesengroßen Kühl, also Froster und in dem passt dann auch die Gans rein, die sie drei Dörfer weiter da von einem Bekannten auch bekommen. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, ob es eine Gans oder eine Ente ist, ich habe keine Ahnung, irgendein Geflügeltierchen. Ah ja, okay. Also das ist quasi, es ist dafür gesorgt und ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Ich muss mich da nicht kümmern, genau. Ich bin da raus bei der Essensgeschichte. Gibt es bei euch die Frage, ob jemand was Vegetarisches benötigt oder sogar vegan oder ist das kein Thema bei euch? Wie sieht es da aus? Nee, soweit sind wir noch nicht. Nicht an Weihnachten. Also es ist, genau, nicht an Weihnachten. Da wird auch Fleisch gegessen. Ja, Teilzeit vegetarisch ist es bei euch. Eben, ja. Man muss ja schauen, ich finde immer ganz wichtig zu schauen, wo es denn herkommt. Das Fleisch, was man da isst. Dann kann man es auch mit einem guten Gewissen essen. Das stimmt natürlich. Ja, das ist auch mal ein Gedanke, den man sich machen sollte. Und nicht alles, was vegetarisch oder gar vegan ist, habe ich gesehen, wenn man sich mal die Zutatenlisten so durchguckt, ist auch unbedingt dann gesund. Also natürlich die Sachen aus dem eigenen Garten, klar. Aber wenn man so zusammengekehrte Wurstersatzzeugs oder Käseersatz kauft. Ich hatte neulich was ganz Verrücktes. Lachs. Veganen Lachs. Oh, spannend. Spannend. Geht es dir noch gut? Gut, dass du fragst, ich trinke erstmal noch einen Schluck Hanftrink. Ja, also ich sag mal so, wer schon mal einen normalen, richtigen Lachs gegessen hat, der weiß ja, dass es eine gewisse Konsistenz hat. Also ein bisschen Fasern und so weiter. Und das Zeug, was ich hatte, Basis waren Algen. Und es war so gefärbt wie Lachs durch Karotten. Gibt es ja Karotin, das färbt das ja dann entsprechend. Aber es war von der Konsistenz her wie so ein Kaubonbon. Wie so ein, nicht direkt Gummi, aber halt so ein Kaubonbon. Und also eigentlich, es hat auch nicht wirklich geschmeckt. Also nee, es hat eigentlich gar nicht geschmeckt. Und die Algen, hat es nicht nach Meerwasser geschmeckt wenigstens? Doch, ja, ja, schon. Also die Algen haben ja den Geschmack gemacht. Die haben den Geschmack wohl gemacht. So habe ich das verstanden. Aber trotzdem, es war alles. Aber es war wirklich kein Fischersatz. Also wer noch nie, ich sag mal, wer noch nie einen Lachs gegessen hat, dem ist es eh Wurscht. Der wird das auch als Lachs essen. Aber wer schon mal irgendwann, und bei mir ist es auch echt lange her, dass ich zum letzten Mal so diese Scheiben da irgendwie gekauft und gegessen habe. Aber ich wollte es halt mal probieren und es war, naja, nee, muss nicht sein. Und im Zweifel, ich habe dann Yeti-Ketchup einfach drüber geschmiert. Da war es dann noch genießbar einigermaßen. Super Idee, super Idee. Also Yeti-Ketchup, da geht auch überall drauf. Da geht überall, da passt und veredelt jedes Fleischgericht und auch Nicht-Fleischgerichte. Apropos Yeti-Ketchup, hast du schon alle Geschenke beisammen? Noch nicht alle, aber ich bin verdammt gut im Rennen, Mario. Ich packe schon einen auch. Es fehlen nur noch so ein paar Kleinigkeiten. Die sind aber schon auf der Liste. Und ja, muss halt noch organisiert werden. Es sind nur so zwei, drei Sachen. Der Rest ist komplett. Hast du da schon mal irgendwie richtig Stress gehabt? Oder ist das immer so, dass du rechtzeitig anfängst und planst und so, dass man da nicht irgendwie... Genau, also diesen Stress, das schaffe ich nicht mit diesem Stress. Deswegen bin ich da eher von der Fraktion der frühe Vogel, also ich brauche das wirklich, ich muss es vorher abgehakt haben, um dann auch gut, sage ich mal, in meine Ferien, in meinen Kurzurlaub auch zu gehen. Das klingt sehr vernünftig. Vernünftig. Ich habe vorhin zwischen den Zeilen so auch irgendwie durchgehört, dass deine Kinder scheinbar auch ziemlich vernünftig sind. Aber grundsätzlich frage ich trotzdem nochmal nach, wie sieht es denn aus mit Geschenken? Also ich kenne Familien, da kannst du nicht mehr laufen auf dem Boden, weil so viel Lego und so viele Spiele, alles vollgestellt. Und da denke ich mir, ist das wirklich gut? Und wo geht denn das da noch hin? Also es wird ja dann jedes Jahr nicht weniger. Tendenziell muss es ja mindestens genauso viel sein. So sind ja die Kinder vielleicht auch ein bisschen enttäuscht. Habt ihr, oder wie ist das bei euch? Kannst du da was dazu sagen? Genau, also hier herrscht auch ein komplett ausgestellter Spielzeugladen. Das muss man schon so sagen. Also vor allen Dingen Lego, das ist wirklich, das ist nicht, es ist unendlich möglich hier in diesem Haus, an Lego. Also mein Mann macht da auch fleißig mit und ist da auch, entdeckt sich da selbst wieder. Besonders in diesem ganzen Lego-Technik-Kram, da ist er, also da haben die schon Bock drauf. Ich finde es immer ganz wichtig zu gucken, was geben wir denn vorher weiter, bevor hier jemand wieder was Neues bringt. Und dann, genau, ist es immer so, dass wir so ein paar Sachen auch gut aussortieren, die weitergehen in andere Kinderhände hoffentlich. Und genau, und dann ist wieder ein bisschen Platz für was Neues. Und die haben sich auch tatsächlich wieder was gewünscht von Lego. Und ich habe lange hin und her überlegt, was ich mit diesen Wunschzetteln da anfange. Und dann habe ich überlegt, okay, solange es noch keine irgendwelche Tablets oder Handys oder sonst irgendwas sind, sollen sie eben auch nochmal Lego bekommen und nicht irgendwelche Videospiele oder sowas. Von daher bin ich da auch ganz fein mit. Wie alt sind deine Söhne? Die sind sechs und zehn. Ah, okay. Das war es ein bisschen einordnen. Na gut, dann hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und auch der Große, da bin ich ganz froh, dass der da noch sagt, nee, Lego muss es sein. Ich muss was zusammenbauen können. Ja, ist ja auch grundsätzlich ja nicht schlecht. Ich habe jetzt, ich bin ja auch, es fördert ja auch ein bisschen die Kreativität, ist ja wirklich. Aber es sind ja auch, glaube ich, konkurrenzlos. Da gibt es nicht viel. Playmobil ist ein bisschen anders und es ist ja nicht wirklich schade eigentlich. Playmobil ist eher so für die Kleineren dann, gell? Also das fanden die schon auch richtig, wo die Kleinen. Oh, Mario, du auch? Also die haben jetzt, naja, ja, doch. Also ich habe als Playmobil, habe ich natürlich Goethe da. Ich habe den Playmobil Goethe. Okay, okay, okay. Hast du jetzt was? Guck mal, was bei mir auf die Reise gehen soll. Ja, ja. Ah. Das soll auf die Reise gehen, ne? Das ist Playmobil, ne? Das ist Playmobil, genau. Ich sage es mal, das ist ein Polizeieinsatzwagen. Sag mal, sowas brauchen wir hier in Berlin. Das soll ich den schicken, Mario. Was ist da los? Ja, du drückst einfach den Knopf, da fährt er alleine hierher. Das ist doch so ein Sinn. Da geht sogar hier noch alles, siehst du? Ah, da blinkt sogar. Also ein blauer, großer Einsatzwagen. Das ist ein Wasserwerfer drauf, ne? Ja, natürlich. Ja, super. Ja, genau. Der darf auf die Reise gehen. Gott, bin ich froh. Aber schicke ich ihn nach Berlin, ist doch kein Problem. Ja, super. Ja, fahren wir hier vorbeifahren. Wir brauchen immer genug Einsatzwagen, vor allen Dingen mit Wasserwerfern und so. Das können wir alles sehr gut gebrauchen. Sehe ich eh jeden Tag hier an der Straße. Ich glaube, die haben einen hohen Verschleiß, ja. Ne, Playmobil ist ja ein Thüringer Erfinder. Also für die, die es nicht wissen, der Erfinder von Playmobil stammt aus Thüringen. Ich glaube aus Kreiz oder Zeitz oder irgendwie. Also der kommt da ursprünglich aus Thüringen, ist dann abgewandert und hat dann im Westen die große Firma hochgezogen. Verrückt, okay. Wusste ich auch noch nicht. Ja, interessant. Ja, ja, so ist es. Und genau, die haben ja auch A-Team und sowas jetzt. Also die machen ja auch so neuere Sachen für Erwachsene, so Zeug. Zurück in die Zukunft Edition oder Night Rider haben sie jetzt gehabt. Und den A-Team Einsatzwagen mit ganz vielen Kleinigkeiten und blinkt und hupt und macht auch alles. Also ist schon auch was für erwachsene Kinder. Ich höre schon Mario, ich höre schon Mario, da ist jemand an hier. Ja, bei mir ist nur noch das Problem, ich muss wirklich wie du auch erst was abgeben, erst muss erst was weg, damit was Neues rein kann. Aus Platzgründen allein, so ist es. Gut, ja, hast du dennoch, obwohl du ja Meisterin bist im Stress vermeiden, hast du dennoch Sachen, wo du sagst, was ist das Stressigste, das Unangenehmste vor Weihnachten, was dir vielleicht weniger Spaß macht? Also was wirklich immer verrückt ist, so vor Weihnachten ist, so die, wenn ich dann in die Stadt gehen muss und diese ganzen Menschen alle irgendwie rumrennen und hektisch sind und also es ist wirklich verrückt, wie voll die Stadt dann wird. Ich mag ja eigentlich auch Weihnachtsmarkt, aber es ist einfach voll, 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 voll. Es sind einfach viele Menschen unterwegs, die ja irgendwie alle irgendwo rumstehen, noch was einkaufen und das ist so. Also ja, das weiß ich, da wünsche ich mir das irgendwie ein bisschen ruhiger. Also vielleicht versuche ich deswegen mein ganzes Umfeld ein bisschen ruhiger zu haben. Aber genau, das ist so ein Stressding. Und manchmal denke ich immer so, meine Güte, denken nur die Leute, dass es irgendwie dann, es ist ja auch nur Dezember, ja, das Jahr ist vorbei, aber es geht ja weiter. Ja, ist ja jetzt nicht so, manchmal haben wir irgendwie so das Gefühl, wir müssen alles mal noch machen und alles mal noch abarbeiten und verfallen dann vielleicht auch in irgendeinen Arbeitsstress, ja, der aus meiner Sicht ganz unnötig ist, weil es gibt ja auch dann wieder den Januar, da kann man ja auch wieder was machen. Ja, das ist so, was mich so stresst. Fällt mir noch was ein? Ja, genau. Weihnachtsfeiern, das ist ja auch immer so, ja, noch so Termine, so, die einfach immer im Dezember ganz geballt auftreten. Weihnachtsfeier in der Schule, Weihnachtsfeier im Sportverein, Weihnachtsfeier auf Arbeit, Weihnachtsfeier überall. Und jeder hat irgendwie eine Weihnachtsfeier, wo man jemanden von A nach B fahren muss und ach ja, also das ist auch immer was, wo ich mir so denke, Mensch, auch so für die Gaststätten und so, wäre es nicht schöner, mehr so auf Neujahrsfeiern umzuschwenken, also dass man das einfach auch ein bisschen verschiebt und den Januar nutzt, um auch eine Jahresanfangsfeier zu machen oder sowas. Genau, das ist auch immer noch so ein Stressthema, wo ich so denke, ah ja, das war auch noch im Dezember, die ganzen Weihnachtsfeiern. Genau. Ja, vielleicht, die nehmen jetzt glaube ich auch alles gerne mit, weil da war ja durch Corona ziemlich lange Pause oder für die meisten Firmen, die haben dann natürlich ein bisschen das zurückgedreht, würde ich mal sagen, ja, so viele wie geht, aus Wirtssicht sicherlich. Genau, genau, das auf jeden Fall, sollen ja auch alle kommen und trinken und essen, das finde ich auch richtig, aber auch noch im Januar dann. Kann man ja auch im Januar machen. Ja. Wie du hast ja vorhin schon gesagt, also das ist, die Leute haben irgendwie ein bisschen Angst wahrscheinlich, dass das Jahr dann nicht nur das Jahr zu Ende ist, sondern die ganze Welt, na gut, heutzutage, wenn du die Nachrichten anguckst, man weiß es ja nicht, aber grundsätzlich geht es ja im Januar weiter. Es ist ja nicht, es ist ja nicht alles zu Ende im Dezember, es ist halt nur, alles fiebert so auf das Jahresende hin. Aber es ist ja ganz normal, wir haben auch kein rundes Jahr, wie es zur Jahrtausendwende war, wo alle dachten, jetzt fallen alle Uhren aus oder alle Zahlungssysteme oder bricht alles zusammen, was mit dem Computer zusammenhängt. Das kann jederzeit passieren mittlerweile, das ist jetzt wurscht, ob es Jahr zu Ende ist oder Jahrtausend. Genau, das ist auch egal und das, ja, eben, das stimmt. Sind deine Kids auch gesangsaffin, also singt ihr zu Weihnachten Weihnachtslieder? Also das ist was, ich singe immer zu Weihnachten, ob das die anderen wollen oder nicht, aber es wird auf jeden Fall gesungen und dann singen auch immer alle, ja, doch auch ganz brav mit, genau. Also das machen wir schon. Ja, ansonsten gibt es immer so ein Gedicht. Ich habe früher, also wo noch keine Kinder da waren, ich finde das schon auch wichtig, dass man da, dass man sich da irgendwie auch nochmal nett zusammensetzt und sich nicht einfach nur die Geschenke hinlegt, sondern ich habe da auch immer mich verkleidet und bin dann als Christkind zu Weihnachten gekommen mit den Geschenken und habe dann auch echt gefordert, dass da jeder ein Gedicht aufsagt oder ein Lied singt oder irgendwie eine Vorstellung bringt, um sein Geschenk zu bekommen. Und das... Moment, also das ist ja komplett verdreht. Du hast quasi von deinen Eltern gefordert oder wie? Ja, meine Eltern auch. Also mein Vater ist wirklich, also am 24.12., also am Morgen, ist der dann schon so nervös und hochgradig aufgeregt und hat so ein Zettelchen in der Hand und ob er das mit dem Gedicht noch hinkriegt und alle waren auch immer an dem Tag richtig nett zu mir. Also man hat so gedacht, was ist nur los, ja, das Christkind kommt heute auf alle Fälle und es ist, ja, erbarmungslos, möchte ich sagen, das Christkind. Also man hat mir dann auch immer gleich Alkohol, also Insekt hatte ich eigentlich immer dastehen oder ein Glühwein. Wenn ich reingekommen bin, ging es schon los. Das Christkind muss doch bestimmt erst mal was trinken, um mich irgendwie zu besänftigen. Ich meine, das Christkind hat auch immer ein paar nette Worte so für jeden noch parat gehabt, was so in dem Jahr, man hat ja alles beobachten können, was so gut gelaufen ist und was so schöne Dinge waren und sowas da, das konnte das Christkind auch. Aber es war wirklich, ich war da echt gnadenlos als Christkind mit dem Thema Gedicht, Lied singen, das musste sein, das war ein Muss, genau. Das ist doch mal eine tolle Idee, dass man das mal rumdreht. Ich freue mich auch schon echt drauf, wenn so die Kinder so vielleicht nächstes, übernächstes Jahr mal gucken, wann das Christkind wieder kommt. Bis jetzt ist es für den Rest meiner Familie echt entspannt, weil die wissen, verkleidet sich gerade nicht mehr, an Weihnachten. Aber das wird wieder kommen. Also wenn hier jemand zuhört von meiner Familie, es werden auch wieder diese Jahre kommen, wo das Christkind einkehrt, genau. Und dann herrscht wieder Zucht und Ordnung. Ja, genau. Jetzt ist es halt aktuell so, dass der Weihnachtsmann was vor die Tür legt und wir dann natürlich Gedicht und Lieder singen und dann, ja, das sagen wir halt, der Weihnachtsmann hört das natürlich auch und dass man da irgendwie doch auch was singt oder ein Gedicht sagt, genau. Aber es ist, genau, mit Corona, ich glaube, wir hatten auch mit den Kindern einmal auch einen Weihnachtsmann da, aber mit Corona, dann haben wir dann einfach immer, dann war der vor der Tür und hat das da auf den Schlitten gestellt oder so, genau. Verstehe, ja. Aber sag mal, ist jetzt an dir nicht irgendwie eine Theaterschauspielerin so ein bisschen verloren gegangen, weil du machst ja beruflich wahrscheinlich was ganz anderes, aber das ist doch, du als Weihnachtsmann, als Christkind, das ist doch, das schreit doch nach mehr. Beruflich bin ich Sozialpädagogin, das ist manchmal auch wie so ein Schauspiel. Ach so, okay. Von daher, alles, alles okay. Nee, nee, also Schauspiel, nee, so ganz auf die Bühne, das, das bin ich nicht, da bin ich zu, zu aufgeregt, genau. Aber so im kleinen Kreis geht das schon. Wie ist, ich habe ja Weihnachten immer, immer Krippenspiel gemacht in der Kirche und das geht ja so ein bisschen zumindest auch in Richtung Schauspiel, habt ihr auch so, geht ihr auch in die Kirche, ist das Weihnachten auch kirchlich mit euch irgendwie verbunden? Nee, eher weniger, eher weniger. Also wir haben das mal gemacht, das ist eine kleine Minikirche, aber eher weniger, genau. Ja. Das war für mich so an Heiligabend halt immer das Highlight und da geht ja die Vorbereitung dann schon Wochen vorher los mit dem Spiel. Das war auch damals noch relativ arbeitsintensiv, also aufwendig und die Kinder waren ja auch entsprechend klein, wobei es gab verschiedene Altersklassen, da war eigentlich jeder, der irgendwie, also das ganze Dorf war auf dem Achsen, auf dem Achsen, auf dem Bein und hat dann alle Kinder, die da waren, wurden irgendwo eingebunden. Ich war auch alles außer Maria und Jesus, also im Laufe der Jahre. Ach okay, du hast richtig mitgespielt, Mario. Ich habe richtig mitgespielt und das war auch wirklich aufwendig, mit Text auswendig lernen und so weiter. Und die Lieblingsrolle, die mir auch lange noch in Erinnerung geblieben ist, was ich wirklich am liebsten gemacht habe, war auch ein sehr aufwendiges Ding. Da war ich der Wirt, also in dieser Herberge in Bethlehem war ich der Wirt mit meinem Schulfreund Toni damals gespielt und das war richtig, richtig aufwendig und toll. Wir haben da auch so ein kleines Bühnenbild und so gehabt und so. Später dann auch mal Josef, auch mehrfach glaube ich gewesen, Hirte und ja, was halt so alles ansteht, was man halt so sich ausdenken kann. Es ist ja grundsätzlich immer die gleiche Geschichte, nur halt immer ein bisschen anders erzählt und das war so das Highlight. Das ist mit Aufregung verbunden dann, auf jeden Fall. Auch das. Ja, wenn du den Text vergisst, hör mal, die ganzen Verwandten, die da rumsitzen, die wollen ja, dass das Kind, das eigene Kind, nicht sich blamiert. Auf jeden Fall. Aber ich meine, sag mal, macht ja auch keiner selber, das machen ja auch die Kinder und die wissen das auch schon zu schätzen und muss ja auch laut genug reden. Mikrofon und sowas gab es ja da auch nicht. Muss ja bis in die obersten Ränge dann auch verständlich sein, das ganze Zeug. Und es wird auch noch jetzt auch noch immer mal wieder gemacht, sag ich mal. Also die Tradition, die gibt es noch im Main, im Heimatdorf. Aber nicht jedes Jahr so aufwendig, also das muss man auch sehen. Wie alt warst du da, Mario? Wo hat deine Karriere schon da begonnen? Wie alt warst du? Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage. Das muss, ich glaube, es war auf jeden Fall noch in der, war es noch in der Grundschule? Acht, neun, zehn? Also, ja, es war Grund, natürlich war es, ja, natürlich, weil ich ja, ja, mit Toni, das war ja in der Grundschule. Muss ja, also, wann kommt man in die Schule? Sieben Jahre, ne? Ja, mit sechs oder sieben, genau. Bei mir war es, glaube ich, sieben. Mit sieben Wochen nicht. Und innerhalb der Grundschulzeit. Ja, ja. Und ich lerne auch heutzutage ganz, ganz ungern Texte. Und damals war es auch nicht so einfach. Aber das haben wir so lange geprobt, bis es gesessen hat. Ganz einfach. Da waren die auch knallhart. Und das hat auch funktioniert, sag ich mal. Es war auch lustig dann. Und man ist auch stolz als Kind. Es ist ja für die Kinder toll, wenn sie merken, oh, das funktioniert. Und den Leuten gefällt das. Und ich habe meinen Text nicht vergessen. Und es geht weiter und so. Wenn das dann wirklich die Aufführung stattfindet und es läuft einigermaßen, dann ist das eine tolle Sache auch für die Kinder. Also, macht es. Macht auch was für Ostern, keine Ahnung. Denkt euch eine Geschichte aus und macht ein bisschen Theater. Na gut, aber drei Haselnüsse für Aschenbrötel, Fernsehprogramm, ist das auch Ritual bei euch? Durchaus, ja. Auch das, also Märchen, ich liebe ja wirklich Märchen auch. Und auch diese ganz alten, mit der Hext, Papa Jager und so. Also wirklich, die finde ich schon auch cool. Wo du dann auch bei, mein Lieblingsmärchen ist, singen die klingende Bäumchen. Und dann siehst du dann wieder die Fäden noch in dem Schauspiel. Also das ist schon sehr, ich liebe das einfach. Da müssen auch die Kinder hier durch. Die gucken sich das mit an. Sehr gut. Michel Suppenschüssel und so Zeug. Ja, der Michel, genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die gehören alle hier dazu. Okay, da bin ich ja beruhigt. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, muss ich sagen. Ich gucke nicht mehr jedes Märchen, aber ich merke dann auch, wenn ich irgendwie Verwandte besuche und da läuft das gerade im Hintergrund, dass ich mich mit hinsetze. Und dann auch, wie du sagst, diese Fäden und sowas, wie die damals halt handwerklich diese ganzen Märchen zusammen geklopft haben. Heute sieht man das alles ein bisschen anders mit erwachsenen Augen. Da sieht man, das ist halt eine Bühne und es ist nicht wirklich ein Wald, leider. Aber es ist halt mit Liebe gemacht und ich bin auch mehr Fan als von den Animationen. Genau, finde ich auch. Diese Kulissen kommen, ey, das ist schon sehr mühevoll und ja, also mega, mag ich sehr. Sag mal, nicht, dass wir hier die Zeit verlieren. Wie spät ist denn eigentlich? Lass mich mal schauen. Warte mal, es ist 18.35 Uhr. Ach, ey. Jetzt klopft's. Nicole, haben wir was? Mal Ruhe jetzt hier. Ja, ist ja gut. Haben wir noch was vergessen? Irgendwas Wichtiges, was dir vielleicht noch am Herzen liegen könnte? Ich wünsche euch auf jeden Fall hier allen schöne Weihnachten. Du, Nicole, dir und deine Familie auch schöne Weihnachten. Vielen Dank, dass es heute geklappt hat mit der Aufzeichnung und du weißt, auf welcher Frequenz du uns empfangen kannst. Natürlich. Ja, 18,35 ist die Frequenz. Und ja, nochmal, also Dankeschön und dir einen guten Rutsch und wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Ja, danke. Sehr gerne, bis ganz bald, Mario. Tschüss. Grüße nach Jena, tschüss. Du laust die Quiz-Hexe rein, okay? Ja, ja, mach ruhig. Ich bin die Quiz-Hexe. Wie nennt man es, wenn eine Ordensschwester mit einem Hooligan abhängt? Na? Non plus ultra. Was ist das Weiße in Vogelkacke? Auch Vogelkacke. Oh, im Flugzeug riecht es am unangenehmsten. Und es ist nicht dort, wo Mario sitzt. Im Cockpit. Bis bald. Ich bin ja vor ein paar Jahren mit der AWA, mit der Austrian Airlines nach Timbuktu geflogen und da hatten sie an Bord einen sehr, sehr guten Likör, einen Eirlikör. Und als wir dann in Timbuktu ankamen, da war ich leicht beschwiebst. Was habt ihr da gemacht in Timbuktu? Naja, wir haben damals ein neues Audio-Interface eingerichtet für das Korrespondentenbüro vom ORF. Ah, okay, schön, alles klar. Wir haben einen Fax bekommen von Tina aus Talkwede. Warte, Tina. Tina schreibt, lieber Mario, du hast ja im letzten Tova-Podcast von diesem Käsekurs erzählt und von dem Schnittkäse, den du zu Hause pflegst und alle zwei Tage mit Salzlake einschmierst. Wie geht es ihm denn? Ja, Tina, das ist lieb, dass du da fragst. Es geht meinem Schnittkäse gut, glaube ich zumindest. Er entwickelt einen angenehmen Duft und kriegt auch langsam ein bisschen Farbe, so gelbliche Flecken. Ich werte das mal als gutes Zeichen und werde ihn wahrscheinlich an Weihnachten anschneiden und kosten. Ja, ich hätte auch gerne ein Stück davon. Okay, Peter, ich werde dir ein Stück zum Probieren hier lassen. Ja, danke. Ja, und dann außerdem noch heute im Briefkasten meine Nebenkostenabrechnung für 2021. Die war jetzt tatsächlich noch vor Jahreswechsel da. 2021. Und ich kriege eine Gutschrift in Höhe von 75,13 Euro. Ja, ich denke mal, nächstes Jahr wird dann die Gutschrift noch höher. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe einen Anruf bekommen und zwar von der ehemaligen EU-Parlaments Vizepräsidentin Eva Kaili. Sie hat gefragt, ob ich noch Platz auf meinem Konto hätte. Sie müsse da mal ein paar Transaktionen machen und ein bisschen Geld in Sicherheit bringen. und sie wollte wissen, wie sie den Tova Podcast abonnieren kann. Ich habe ihr gesagt, Eva, das tut mir leid, mein Konto ist voll, aber den Tova Podcast kannst du natürlich ganz einfach abonnieren. Du installierst eine Podcast-App auf deinem Smartphone und dann suchst du dort nach Tova Podcast und dann gehst du auf Abonnieren oder Folgen und schon geht's los. Das Ganze natürlich auf Apple oder Spotify oder Google Podcasts oder RTL Plus oder wie sie alle heißen. Ganz wichtig, bitte gebt eine Bewertung ab. Das könnt ihr unter anderem bei Spotify und bei Apple Podcasts machen. Bitte mindestens fünf Sterne unter fünf fangen wir gar nicht erst an und vor allem empfehlt es uns weiter. Empfehlt es uns weiter. Jetzt fang ich auch schon an mit diesem österreichischen Dialekt. Sag mal, das färbt wohl ab oder was? Ihr seid froh, es gibt schlimmere Dialekte, zum Beispiel Thüringisch. Ja, dankeschön. Du mir auch. So, dann sind wir fast am Ende. Wir dürfen noch jemanden grüßen und ich grüße heute David Letterman und wünsche mir, dass möglichst viele Leute sein aktuelles Interview-Special mit Präsident Zelensky anschauen. Und nun folgt noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Aufgrund der GEMA-Problematik ist es leider für uns nicht möglich, Musik im Podcast auszuspielen. Deswegen machen wir das so, wir stellen ein Lied vor, das uns besonders gut gefällt, das wir sehr mögen und den Höris ans Herz legen möchten, also euch da draußen, an den Empfangsgeräten und wir machen das per Schnick-Schnack-Schnuck Zufall, ein Zufallsprinzip, der Zufall darf entscheiden, ob der Peter, unser Techniker, hier ein Lied vorstellt oder ich. Wir sind beide vorbereitet. Peter, bist du, bist du soweit, können wir loslegen mit Schnick-Schnack-Schnuck? Ja, kann losgehen, bitte. Sehr gut. Also, drei, zwei, eins, Schnick-Schnack-Schnuck-Schnuck. Ich habe Schere. Was hast du? Ja, ich habe ein Stollenmesser, das ist natürlich das Ultimative, geschmiedet aus 500 Karat Silber und natürlich habe ich damit gewonnen, das ist ja wohl ganz klar, da brauchen wir überhaupt keine weiteren Fragen stellen und deshalb darf ich heute einen Song vorstellen. Der Song, den wir nicht spielen dürfen, der kommt heute von einer Band, die bereits im siebten Tova-Podcast im Mai 2020 aufgetreten ist. Langsam lerne ich es ja auch ein bisschen besser direkt kennen. Zumindest weiß ich jetzt auch, dass der Schlagzeuger Gunnar heißt, denn ich war vor genau einer Woche beim grandiosen Konzert dieser Musikis, die sich vor 25 Jahren am John-Lennon-Gymnasium hier in Berlin zusammengefunden haben, um eine Band zu gründen. Mit dem Song, der jetzt nicht kommt, sind sie 2004 beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest aufgetreten. Zum Finale nach Istanbul sind sie dann zwar nicht gefahren, aber stattdessen gab es im gleichen Jahr die goldene Stimmgabel und natürlich diesen fetten Ohrwurm für die Höris überall in Deutschland und dem Rest der Welt. Genau diesen ESC-Vorentscheid Live-Auftritt verlinken wir in den Shownotes. Hier sind Mia mit hungriges Herz. Ja und die Sons übrigens am 23. Februar in Viren in der Sim City, am 24. in Salzburg im Rockhaus und am 25. Februar in Graz im Dom im Berg. Du bist ja wahnsinnig gut vorbereitet. Danke Peter. Ja gerne. Fährst du über Weihnachten nach Hause? Ja sicher, ich werde mal wieder im Havelka vorbeischauen. Ah, in diesem legendären Kaffeehaus nicht weit vom Stephansplatz in Wien. Ja kennst du das? Ja klar, da war ich schon mehrmals. Ich habe auch die alte Chefin noch kennenlernen dürfen. Ah, die Josefa! Ja genau. Ja, die ist ja vor 17 Jahren gestorben. Warum wusstest du? Die ist an einem Dienstag gestorben. Das ist der einzige Tag in der Woche, an dem sie nicht gearbeitet hat. Ne, das wusste ich nicht. Ist ja unglaublich. Ach ja, ich würde auch gerne mal wieder hin. Das müssen wir mal angehen. Apropos nicht arbeiten. Wir machen zwischen den Jahren eine kurze Pause, treffen ein paar liebe Menschen, trinken leckeren Kaffee, essen ein paar Plätzchen und sind dann in vier Wochen wieder für euch da. Bis dahin verabschieden sich der Peter Dobertsa an der Technik und der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Bis zum nächsten Tohuwa. 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 Tohuwa was? Tohuwa was? Ne, Tohuwa. Tohuwa was? Tohuwa was? Tohuwa was? Tohuwa podcast. Ha, ha, ha. Der Tohuwa Podcast ist eine RG28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Tele Sibirsk. Hergestellt im Auftrag von Tele Sibirsk.